Unser schlimmster Albtraum ist wahr geworden. Die Föderation hat aus dem Wrack von Odin ein Raumwaffensystem zurückentwickelt. Wann ist es funktionstüchtig? Unklar. Die gebogenen Daten wurden zu Norad geschickt. Der Minister will persönlich informiert werden. Keegan, ich schicke euch nach Colorado Springs. Alles klar. Wir treffen uns im Vegas Versteck. Morgen um 12 Uhr. JSOC will das schnell angehen. Sorgt dafür, dass ihr nicht blank ziehen müsst. Wir haben sechs Stunden bis Keegan zurückkommt. Moment. Kommt dir was komisch vor? Überwachung aktiv. 1. 2. 2. 3. 4. 6. 7. 10. 11. 10. Wir sind schon eine Weile dran und er hat nichts verraten. Er wird nicht brechen. Nun, wenn etwas gut werden soll, tut man es selbst. Ah, du bist wach. Gut. Es ist schön, die ganze Familie zusammen zu haben, nicht wahr? Fehlt nur noch dein stiller Freund. Hm. Wo ist Keegan? Ich erzähle dir einen verdammten Dreck. Ach. Nun, mal sehen, ob ich deine Meinung ändern kann. Nein! Du Hurensohn, ich werde nicht... Sag, der Junior, du bist erst später dran. Logan, sieh mich an! Sieh mich an, Sohn! Ganz recht. Sieh ihn dir an! Genau. Zeig ihm, wie viel Schmerz er dir bereitet. Ist schon lustig, euer alter Herrjungs? Für seinen eigenen Arsch lässt er seine Männer sterben. Verdammt, Rorg! Das ist zwischen dir und mir! Halt meine Jungs da raus! Sie reden mit einem Vorgesetzten, Lieutenant. Etwas Disziplin, bitte. Du warst niemals einer von uns. Du bist kein Ghost. Und das nur, weil ich besser als du bin. Ich war immer besser als du! Aber du... Du nennst dich Ghost? Du bist nichts. Du und deine Söhne, ihr seid tot. Dein Name stirbt mit dir. Er hat noch Leben in Sicht. Hat er dich beigebracht, dich mit Waffen auf Menschen zu ziehen? Sie könnte losgehen! Da! Ganz recht! Ein bisschen weiter! Hier hin! Rammschau'n! Gut dann, Rorg, hör auf! Ziel! Auf! Ach, Danny! Logan! Logan! Puh! Du hast Feuer in dir, Kleiner! Das mag ich! Riskierst dein Leben für deinen Käpt'n! Du könntest noch was von ihm lernen, Elias! Er ist mein Sohn! Tja, jetzt darf er dir beim Sterben zusehen! Nein! Nein! Dick! Ich bring dich auf! Hörst du mich? Ich bring dich auf, du Hursund! Ich bring dich auf! Du Arschloch! Ich bin stolz auf dich, Logan! Alles kommt wieder in Ordnung! Oh, du hast recht, Elias! Ich bin kein Ghost! Ich bin der Mann, der sie jagt und sie auf die andere Seite schickt! Ich bin kein Pladen, der sie ja nicht! Alles klar, Merrick? Gebrochene Rippe. Aber es geht. Wir müssen los. Keegan, wir sind unterwegs. Kommt so schnell wie möglich her. Okay, wir fressen uns in der Küche. Wir müssen die Westseite des Gebäudes erreichen. Das ist unsere beste Chance hier raus. Psst. Lärm hinter der Tür. Login hier rüber. Schnell. Machen wir es schnell. Besichern. Horst Keegan. Wer ist auf dem Weg? Das Funkgerät. Wir verschaffen uns einen Vorsprung vor Ihnen. Wir haben uns wohl gehört. Sie schicken noch mehr Leute hierher. Bewegen uns zur Küche. Warum? Ich bin fast da. Ich muss euch ein gutes Versteck. Eine Menge Typen sind unterwegs zu euch. Wie viele? Zu viele. Verdammt. Elender Mund. Komm schon, Merrick. Wir brauchen den Verschläge. Scheiße. Hilfe, Mo. Hier rein. Schnell. Runter, runter. Mach den Funk leiser. Sch, sch, sch. Hey. El Rido venia de ahí. Revisen las esquinas. No dejen nada a la suerte. Rodrigo, mira ahí. Ahora mismo. Unhauffällig bleiben. Da werden noch mehr sein. Leute, keine Bewegung. Ich vermisse ein paar meiner Freunde. Bringt sie zurück zu mir, tot oder lebendig, und ihr leistet einen großen Dienst für euer Land. Merrick, gleich. Sie sind weg. Blum. Wenn ihr mich hört. Jetzt weiß ich, wo du bist, Arschloch. Anhalten. Da kommen noch mehr von mir. Wir werden nicht um sie herumkommen. Wartet, bis sie näher kommen. Okay, Keegan. Los jetzt. Daslinge ist aus, den je. Wir haben nur jetzt die nächsten Schome. Die brauchen nur unsere Arschloch. Das ist wohl schon alles. Der ist ja nun auch einer battalion. Was ist das? 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 Was? Was ist das? Was ist das?